Hallihallo Hallöchen und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde im gemischten Modus von Pflanzen gegen Zombies Garden Warfare. Heute wieder mit dabei, der liebe Dark Hunter. Ich bekomm den einfach niemals los von meiner Schippe. Hi! Ja, ich bin natürlich bei dir weiterhin. Ist ja kein Ding. Oh mein Gott, der ist bei mir. Ja, jetzt bekriegen wir uns wieder. Julia, du weißt, dass es heißt. Ja, denn, denn er ist Zombie. Bin nicht ganz grausam. Das heißt, dass du bald das einer von uns bald wechseln sollte. Damit wir uns nicht gegenseitig bekriegen. Ach scheiße, jetzt habe ich mich eingebuddelt. Ich wollte mich nicht einbuddeln. Ich wollte das hier machen. Bist du ein Schnapper, ja? Nein, niemals. Ich kenne dich doch. Der Alien-Vertilger stand hier einfach nur da und ist rumgeschlichen. Unglaublich, oder? Da kommt grad so ein blödes Zombieviech auf mich zu. Wie scheiße ist das denn? Eingraben, eingraben, eingraben und töten. Ich werde getötet. Ich werde jetzt getötet. Ich werde jetzt getötet. Was? Jetzt schon erobert? Aber natürlich, Julia. Das ging ja schnell. Ja, wir sind in der Unterzahl. Das ist unfair. Ah, es tut mir sehr leid für dich. Ja. Glaubst du mir das? Ja, total. Wer hat denn hier Musik laufen? Du musst ja schon Angst haben, dass du Content-Treffer bekommst hier, ey. Ich habe gar keine Musik gehört. Was ist denn da die ganze Zeit? Pam! Wahnsinn. Das ist doch der Wahnsinn. Hat deine Musik am Laufen, ja? Ja. Ist ja unfair. So, ich habe doch hier gesehen, dass hier Zombies kommen. Zombies, 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 Zombies! Da kommen so ganz viele Zombies. Ja, Julia, wo bist du? Da bist du ja. Ja, 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 nein! Nein, 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 nein. Dich habe ich im Bissier gehabt, Julia. Ich werde an dir knabbern. Nein! Jetzt pass auf, Darkie, jetzt pass auf, jetzt geht's dir an dein Kragen. Ich werde dich töten. Dann komm mal leer, Julia. Ja, ich bin doch schon unterwegs zu dir. Da freue ich mich. Scheiße, ich weiß nicht, wer davon will, dass du bist. Ich fress jetzt einfach den hier. Er schmeckt auch gut. Ich will jetzt gar keine Pflanze mehr sein. So, wo bist du? Irgendwann wurde ja von uns anscheinend gegessen, wenn du den angegriffen hast. So, jetzt pass auf. Jetzt, oder? Jetzt komm ich. Schleißt du schon wieder? Das ist jetzt aber uncool, geh weg. Was, du? Du schleißt doch bestimmt wieder irgendwo hier lang. Ja, natürlich. Aber natürlich. Du wirst mich nicht finden. Aber natürlich. Was? Falsch-Taste, falsch-Taste, falsch-Taste! Geh aus dem Menü da aus! Ich bin nur wegen der falschen Taste gestorben. Ja, so ist leider das Leben, Julia. So ist es. Wieso bin ich auf Escape gegangen? Wo bist denn du? Ich bin nicht mehr hier. Da muss sie aber irgendwo sein. Ja, ich bin auch da. Wenn ich mir glaube, wo du mich erwartest. Ja. Ich habe das Angst, dass du mich gleich isst. Kann man sich eigentlich irgendwie deffen, wenn man gegessen wurde? Oder ist man dann gestunt die ganze Zeit? Nein! Ähm, was kann man? Kann man sich irgendwie wehren, wenn man gegessen wurde? Oder ist man gestunt die ganze Zeit? Nein, da kannst du dich nicht wehren. Ist ja unfair. Irgendwie bist du getötet worden. Kann das sein? Ich nö, ich schieße die ganze Zeit Leute ab. Und ich mach die ganze Zeit eure scheiß Toppflanzen kaputt. Bin gleich wieder tot. Das gibt's doch nicht. Wo sind sie? So. Also jetzt reicht's noch. Jetzt reicht's noch. Jetzt reicht's noch. Wahnsinn. Also nein. Willst du was wissen? Ich habe eine 8er Abschuss-Serie. Geil, oder? Oh, ich glaube, ich sehe dich. Ich glaube, ich sehe dich. Du kannst mich nicht sehen, weil ich vorhin schon gar nicht mehr Schnapper war. Du bist kein Schnapper mehr? Nein, ich war kein Schnapper mehr. Aber wen muss ich ihn jetzt töten? Da bist du! Nein! Oh doch, oh doch! Nein! Und zu zweit geht's ja auf mich los. Ich schweige. Könntet ihr nur. Nicht so gemein zu mir. Du hast mir grad meine 9er Abschuss-Serie besorgt. Es tut mir wirklich leid für dich. Mhm. Ist echt so? Ist echt so? Doch? Oh Julia. Die Pflanzen sind voll in der Sch... in der Unterzahl. Es zählt nicht. Du bist jetzt also ne schöne Sonnenblume, ja? Ja. Immer noch oder schon wieder gewechselt? Noch nicht gewechselt. Du musst dich also auch schon nach Sonnenblumen halten. Ja. 10er Abschuss-Serie. 10er Abschuss-Serie, der willst du ja haben. Ne, ich hab eine. Geh weg, ich will dich nicht... Ich will nicht tot sein. Du bist doch so unfair, Junge. Doch so unfair, Junge. Doch so unfair. Danke für die 11er Abschuss-Serie. Ah, ich liebe die Zombies, die sind cool. Ich liebe sie auch. Guter Versuchs-Bonus. Ja, nee, ist klar. Da. So, wo geht's jetzt hin? Zum Golfplatz. Ach, jetzt gehst du schon auf den Golfplatz. Okay. 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 Na dann, lass die Bälle rollen. Let's the ball roll. Let's the ball roll. Let's the ball roll. Ha. Auf geht's. Wie sie kommen werden hier. Na knapp dich doch ein, du Arsch! Wahnsinn. Na, na, na. Jetzt, jetzt, jetzt komm ich. Was denn? Nix, nix, nix. Das war die falsche Taste. Was denn? Da ist einer halt. Ich hab gesehen, wie der komische Schnapper eingegraben hat. Und er ist zu mir geflogen. Oder zu mir gegangen. Geflogen? Zu mir gegangen. Ich konnte nur fliegen. Gegangen ist er also. Ja. Er hat sich eingegraben und ist gegangen. Genau. Da steht der nächste. Ha, meiner. Ha, meiner. So, jetzt, äh. Jetzt kommen die harten Geschütze. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Du warst grad im Schnapper, ne? Kann das sein? Ja. Ich hab dich angeschossen. Aber leider. Na, aber nicht getötet. Ne. Du hattest noch ein paar Leben gehabt. Mein Magazin war leer. Da. Jetzt pass auf. Getötet. Ich bin gespannt, Julia. Zeig mir, was du drauf hast. Wie ich schon wieder gekillt werde. Ach. Ich glaube, so ist das. Respawn. Wo ist er denn, der Ducky? Ich werde dich finden. Ich werde dich töten. Du bist diese scheiß Schnapperpflanze da hinten. Kann das sein? Nein. Nein. Die da? Ich bin keine Schnapperpflanze. Ich bin keine Schnapperpflanze. Du misst das wirklich nicht. Dreizehner Abschlussserie. Vierzehner. Du hast mich gekillt, Julia. Schon wieder. Hahahaha. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich weiß, Julia. Ich weiß. Was tust du mir da nur an? Ich habe keine Ahnung. Wieso magst du das? Wieso magst du das? Ich weiß es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich habe dir nichts getan. Na doch, du hast mir zu einer guten Abschlussserie verholfen. Na super. Finde ich klasse. Aber das ist ja nichts negatives. Ja, ja. Das ist wirklich so. Wir schaffen die jetzt auch noch, wenn es so weitergeht. Wie weitergeht, schafft ihr das? Echt, ne? Ja, ne? Ist schlimm, oder? Ja, Wahnsinn. Tor, jetzt ist er da. Jetzt wird er mal aufgeräumt hier. Verbündeten gerecht. Das mag ich. Das gefällt mir. Wenn ich verbündete... Nein, die schaffen das. Die schaffen das. Nein. 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 Sechzehn Abschlussserie. Und ich liege tot am Boden. Bist du der Schnapper gewesen da? Nein. Oh, er ist halt so gemein. Und ich wurde von dem Kaktus zerquetscht. Du Gott. Ey, Zombie ist cool. Ja. Das jetzt ist und die Zombies haben es geschafft. Müssen wir noch eine Runde dranhängen? Es sind nur zehn Minuten. Müssen wir noch? Aber erstmal alles stumm schalten, wenn die schon wieder auf den Sack gehen, wenn die nachjoinen. Tja. Jetzt bin ich aber wieder Zombie spielen. Guck mal, 16 Abschüsse. 1.000 Punkte mehr als unser Sinatrox. Sinatrox? Ey, cool. Der ist schon wieder. Und zwei Auszeichnungen. Mhm. Komm dann rüber zu uns, Julia. Oder... Nee, du musst ja dann Zombie bleiben, wa? Wenn du jetzt wechselst. Ich bleibe Zombie. Ja. Dann komm ich schnell zu dir dann. Juhu! By the way, bin ich glaub ich im Rang aufgestiegen. Rang 8? Oder war ich schon immer Rang 8? Ich glaube nicht. Ich bin Rang 15. Glückwunsch, Julia. Dankeschön. Ich gratuliere dir. Das ist nett von dir. Oh Gott. Ich könnte mir sogar wieder so ein... Ich kenne mir wieder ein spektakuläres Spielcharakterpack kaufen. Ja, was ich mir auch den Mix kaufen. Ich frage mich halt nur, wie weit ich dieses Let's Play hier ziehen soll. Wo dann das Ende ist. Ach, das ist so ein Nebenbei-Projekt. So... Just for fun. Ja, ich denke ich werde nicht mehr allzu viele Parts machen. Ich werde alle Charaktere haben. Ja, würde ich auch gerne. Ich mag's auch gerne privat immer ab und zu machen. Ja, wir können auch mal privat, was du so... Auch spielen ist ja auch kein Ding. Also... Mit dir. Was heißt denn das jetzt, Seth? Was heißt denn das jetzt? Das musst du mir jetzt erklären. Diese Reaktion jetzt. Erst mal so überlegt, was hat sie damit jetzt gemacht. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Entrüstung, Entrüstung. Erkläre. Red dich hier nicht raus. Pflanzen. Ich bin... Zombie. Ich bin... auch... Zombie. Ich bleib mit meinem Fusterlad. Ich wähle meinen Super-Kommando-Zombie. Go Julia, lass uns losgehen. Ja. Ich bin auch schon unterwegs. Oh, erledigt. Ach so, das ist ja doof. Das ist ja gemischt, äh, Modus. So, ja. Sollten wir demnächst wirklich mal... einen Modus auswählen, bei dem wir bleiben sollten. Obwohl es auch nicht so schlecht ist. Hm. Ja. Ist doch egal. Was heißt denn jetzt? Ja, aber... Die 50 sind doch schnell rum. So eine Zicke, ey. Ich hab da eh schon 12 Minuten. Ja, ich mein... Ja, hast ja recht. Ja, tut mir leid. Du bist doch so eine Zicke, ey. Na und? Auf mich doch. Boah, ich will da auch rauf. Yay. Gibt's nicht. Daneben geschossen, glaub ich. Ich hab... So viele sind da gar nicht. Die ist da jetzt mal rüber. Sag, Pflanzen, wo seid ihr denn hier? Auf dem anderen Dach drüben. Und Pflanzen. Hier sind Kartoffelbomben. Solltest du nicht reinlaufen. Nicht wirklich. Wo sind denn hier Pflanzen? Das freut mich auch gerade. Hi, Julia. Neben dir. Oh. Da hinten ist einer. Ich glaube, Campen ist einfach eine beschissene Idee hier. Da ist einer nach unten gelaufen. Ja, da vorne ist eine Sonnenblume. Ich hab hier, glaub ich, die Vorlage geliefert. Oh, nö. Was hab ich denn jetzt getan? Ich bin in die Karotte gesprungen. Oh. Er ist zurückgesprungen statt nach vorne. Ja, die Zombies sind mit 5 zu 2 gerade ein bisschen vorne, oder? Mhm. Ich seh aber auch kaum jemanden. Ich seh auch keinen. Ich glaub, bei 50 Toten haben die Leute einfach keinen Bock drauf. Sie wollen wohl einen Garten verteidigen oder so machen. Da steht einer und camped. Schlimm, ne? Ich hab jetzt direkt abgeschossen. Er hat vollgecampt. Sind die Pflanzen eh schon in der Unterzahl, dann campen die auch noch. Drei so eine Riesenbomben. Aua. Auf den gleichen Fleck geschossen worden. Ich glaub, ich switch um. Ich muss dem Pflanzen ein bisschen helfen. Ich hab gut zu wenig Pflanzen. Willst du schon wieder sterben? Ja. Wie, jetzt sind viel zu wenig Pflanzen? Es sind doch nur zwei Unterschiede. Es sind fast gar keine Pflanzen mehr da. Dann guck doch mal bei Tab. Die sind einfach nur tot gerade. Ja. Oh, jetzt dann. Kann doch die Pflanzen mir nicht so untergehen lassen. Ja. Ey, dieses Z1 stumm, wie wär's so unglaublich präzise. Das ist Wahnsinn. Yeah. Bist du ne Pflanze? Ja. Ja. Ich hab grad wieder von einem deinen Artgenossen getötet. Bitte sehr. Ja. Wie kam denn da runtergeflogen? Ja. Ja, getötet, 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 getötet. Oh. Erledige zehn Zombies mit der Primärwaffe. Sollte machbar sein. Fragt sich nur, wie lange es dauert. Oh, hier liegen Kartoffelminen. Ich glaube, ich strete mal darauf. Jetzt kämpft er da schon wieder. Was macht denn Alien-Vertilger da? Wieso kämpft er die ganze Zeit hier? Keine Ahnung. Wieso stirbt er nicht? Vielleicht ist er Dezid? Er rennt rum, aber er nimmt keinen... Ach, weil ich Pflanze bin. Deswegen stirbt er nicht. Du hast doch deine eigenen Intimkarre angeschossen. Na, super. Ja. Ich hab mich gewundert, warum der keinen Schaden nimmt. Ja. Versuch was wert. Ja. Du würdest wirklich Friendly Fire haben, oder? Ja. Natürlich. So. Steh den. Ich steh den! Scheiße, die ist nicht weit genug gefallen. Du hast mir gerade so ein bisschen Angst gemacht. Nein! Nein! Ich sterbe schon wieder! Hä? Die Sessinatrox! Getötet! Ey, ich hab schon wieder ne Abschlussserie. Auf geht's! Wieder zu zwölfer oder in die sechzehner hatte ich ja gerade gehabt. Ich sollte das Spiel echt mal ein bisschen ruhiger angehen lassen, dann würde ich es vielleicht auch schaffen. Ja, dann gehst du doch mal ruhiger an! Gehst doch mal ruhiger an hier! Na, gehst doch mal ruhiger an! Na, gehst doch mal ruhiger an! Na, gehst doch mal ruhiger an! Da hättest du ein Schnapper, ich seh ihn! Welche Pflanze bist du? Wen muss ich abschießen? Das verrate ich dir nicht! Wer bist du? Stirb! Wie auch immer du bist, aber stirb! 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 Vergifte alle! Hm, das warst du mal nicht du gewesen! Du vergiftest alle! Das heißt, du musst ein P-Shooter sein! Ja! Und ich bin fast tot! Ich hab nur noch fünf Leben! Also, wenn du ne weitere Abschlussseider willst, dann komm her! Au, 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 au! Das ist auch so gemein! Au! Was denn? Es wurde getötet! Au! Au! Was tut mir jetzt dabei? Ich hab in meine Abschlussserie versaut! Ach, scheiße! Jetzt hast du mich wiederbelebt! Jetzt hab ich wieder... Ist egal! Ich hab dich ums Eck grenzelt! Ich hab immer du warst! Ach, das war einer von uns! Okay! Ich hab Pikachu getötet! Was? Pikachu getötet? Da bist du! Das bist du! Das weiß ich doch! Du kriegst Schaden, hab ich recht? Ich darf keinen Schaden bekommen! Niemals! Ey! Das ist mein Kill! Lass mir den Kill übrig! Ihr seid solche Schweine ohne Mist, Mann! Das war mein Kill! Da stand mein Name drauf! Hier! Okay! Wenn du das sagst? Ja! Mal gucken! Mal gucken! Wenn ich das sage, dann stimmt das auch, wa? Ach, es gibt doch nicht, wie viele Seiten ihr hier, ey! Ist doch schlimm! Das gibt's doch nicht mehr, ey! Es ist so mies! Es ist so mies! Es ist so mies! Ah, jetzt, jetzt kommen die harten Geschütze! Jetzt pass auf! Jetzt pass auf! Jetzt pass auf! 35 zu 35! Ist ja außerglichen! Ist ja unfair! Und irgendwer rauscht mir gerade da voll rein! So, Daki, wo bist du? Haha! Sag mal, wer bist denn du? Das sag ich dir nicht! Bist du da? Aber... Du bist mit Sicherheit jeder irgendwo auf dem Dach! Na sicherlich! Kennst mich doch! Au! 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 Ah, ihr seid solche Schweine ohne Mist! Ach so fies! Strengt euch mal an Leute! Lasst die Scheiß pflanzen, ich gewinn! Ich hab auch irgendwo ein Echen! Der Eeeh! Ganz schön ausgeglichen, muss ich schon sagen! Ja! Au, hinter uns. Hey, Julia. Verdammt doch mal. Aber der Kill wurde dir gestohlen. Gestohlen. Aber ich habe mitgeholfen. Ich habe dir geschadet. Und alleine das war es mir schon wert. Ja, war es das? Ja. Na dann. Es gibt es doch nichts. Oh Gott, es wird eine knappe Gäste. Ach, ja. Wow. Wer hat gewonnen? Wir. Das ist auch nicht knapp. 48 zu 50. Hey. Sehr schön. Aber es gibt ja gar keine Bohnen und keine Münzen. Nein, nichts. Und mir schreien irgendwelche Kiddies ins Ohr voll. Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns mal. Ja. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.